Hey du, schön, dass du dabei bist. Ich bin Lasse, ich stolpere mich weiter durch Elden Ring hindurch. Ich habe gerade den einen uralten Helden besiegt. Da kommen die wieder mit einem Dings angelaufen. Ich wollte weiter dorthin hin eigentlich. Was bist du denn da hinten? Oh, so lebenswappen. Wie komme ich da rein? Wie kann ich den Dings gut haben? Okay. Okay. Oh. das ding stürzt das ding stürzt jawohl über das echo pro deplizierungsmenü erhaltet ihr bereits erhalten da schließt auch exos ein die von denen ihr bereits kraft empfangen aber ich kann nur einmal pro mausinnung durchgeführt werden ok bin mir nicht sicher bin mir nicht sicher was ich jetzt da machen soll aber das habe ich ja das echo der verwandten habe ich doch oder nicht das habe ich so heute wollen bei dings bekommen bei gode frede frederike die macht des namensgebers der neue augen ein enormes echo von gottricht den verpflanzen die macht seiner namen finger in einen fingerlegerin erschlossen werden als kann lässt sich daraus auch eine große ruhe gewinnen schwache man versprach sich durch getressten akt der verpflanzung einst macht eines tages kämen wir gemeinsam zurück zu unserer heimat gefüllt in goldenen strahlen ok denn sonne in der hütte anscheinend ich habe nur eine gnade entdeckt Händler voraus, dann preiset das nicht. Hüte des abgeschiedenen Händlers. Nun, meine Kunden habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Wie lange kann ich euch helfen hier am Ende der Welt? Okay, ich kann mir hier... ...eine Laterne kaufen. Ich kann dein Licht machen, Dings im Dunkeln. Was ist denn die Laterne? Hm? Okay. 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 Ich habe mir das nicht gekauft. Hab ich mir das nicht. Oder bin ich einfach nur blind und sehe, dass ich... Da ist das. Da ist das. Okay. 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 Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay. 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 Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, da sind wir dabei, das ist mitgenommen. Oh, hier ist auch noch die vierte Kirche von Marika. Und da sind wir mit, da sind wir mit, da sind wir mit, da sind wir mit. So lauf oben am Strand mal vorbei. Vogel voraus, dann Vogel voraus. Vogel voraus. Und dann Blutverlust voraus benötigen. Stadt voraus. Ähm, ja. Okay, wenn ihr meint. Okay. 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 Das war's. Das ist eine goldene Bühne. Weiter geht's ja aber nicht. Weiter geht's da ja anscheinend. Was heißt die Stadt voraus? Geht up. Hmm. Hmm. So, wollen wir da oben mal gucken. Wollen wir da oben mal gucken, was da ist. Schmiedesteine. Hmm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hui. Ist das ein Hund? Such drei weiße Bässchen. So eine. Hmm. Hmm. Wollen wir hier noch mehr so Schildkröten? So eine Schildkröte. Und ist das da hinten beim See vielleicht, wenn die was hingeschrieben haben? Das Siegel des Turmes ist aufgehoben. Uh. Yeah. Hoho. Hohohoho. Hohohoho. Leiter. Gut erkannt. Das ist eine Leiter. Das ist alles zerstört. Oh Gott. Hey. Unerwartet das Ruhe. Ein Speicherstein. Was macht ein Speicherstein? Ein, der Speicherplatz erhöht. Was sind Speicherplätze? Ist er mit Zauber gemeint oder so? Hmm. Und hinab. Dankeschön. Oh, hallo. Sternenlicht-Splitter. Nutzen, um schrittweise FP zu regenerieren. Dann mal die Nordseite. Wollen wir noch mal... Wollen wir noch mal... Oh. Guten Tag. Verloren, ne Gnade entdeckt. Oh ja, ich hab wirklich ein Meer. So, und dann kann ich hier meine Freundin rufen... Ich liebe dich. Oh. 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 Uh. nicht runterfahren nicht runterfahren vielleicht nutzlosigkeit und nutzlosigkeit kommt mir bekannt vor daher preise blutverlust Höhle voraus da ist eine Höhle tatsächlich Katakomben des Fählers mit dem sage ich dir Dankeschön dass du dabei bist ich stolper weiter durchs Spiel es macht mir großen Spaß tatsächlich wieder erwarten und wir sehen uns tschüss tschüss so 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 so